Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1, ja, ich hatte leider Probleme mit dem Aufnahmegerät an der PS4, irgendwie ist der zweite Teil davor abhandengekommen, aber ja, jetzt befinden wir uns halt hier im Wald, kurz danach und wir sollen quasi den Panzer den durchführen, ich bin eigentlich immer fair davon im Panzer zu sein, als drunter zu liegen und jetzt bahnen wir uns hier den Weg mal durch die Vegetation. Das fängt ja super an. Alles ist die erste Mission, gerade das ist schon krass. Die müssten jetzt getriggert sein, weil wir zwei Schlo umgebracht haben. Da ist noch einer, da sind noch zwei. Die schalten wir auch noch aus, die zwei. Das ist noch eine Leibchen. Das ist nicht gespenster. Ja. Pssst. Da kommt der. Der kann hier durch die Ecke. Jetzt müssen wir aufhören. Zack. So, das Camp ist clear. Oh Mann. So schnell kann es gehen. Bam, bam, bam. So, was haben wir denn hier jetzt bespielen? Acht. Okay. Tals Bescheid. Oh ja. Tals. ich brauche ich hier zurück ich breche durch den draht alles klar super ich kann mal nach ich habe brauchen wir das ach so dann ist ich weiß wir verlangen viel von dir aber jemand muss es machen finde einen weg durch diesen wald so komme ich hier hoch doch da vorne könnte es ärger geben du spät das gebiet aus und wenn alles okay ist gibst du uns ein signal wir kommen und helfen wenn wir hören dass es probleme gibt alles klar okay bis dann vielleicht gelingt uns ja dass wir alle wieder so still und leise ausschalten beteiligt keiner animiert wird und ein glück ist es hier nebelig das spielt uns nämlich in die karten so da ist einer der geht weg ok woher denkst du gerade was ich habe so einen hunger dass ich meinen arsch nicht von deinem gesicht unterscheiden kann ist irgendwas ich habe so einen hunger dass ich meinen arsch nicht von deinem gesicht unterscheiden kann das war aber scharf das war jetzt aber eng das war ein haupten scheiße das war ein haupten scheiße ich glaube ich stelle mir die helligkeit ein das ist wirklich zu dunkel ne aber noch wissen zu so ok was ist denn ok ok ohja aber ich kenne mich mit der waffen schließe aus also ich habe von waffen oder gar nicht hier im battlefield nicht so viel ahnung deswegen entschuldigung aber die ist ganz gut ne die ist nicht egal die lassen wir auch viel die behalten wir wir nehmen dann die wieder aus ne die andere bitte ich entschuldige mich jetzt schon für jeden tod den ich sterben werde ich würde gerne die waffen nehmen und kann ich die zum aufnehmen z 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 Ach, Leute. So, jetzt. Wo gehen wir lang, ihr Lieben? Okay, wo sind sie? Okay, wo sind sie? Hm. Ah. So, ihr Lieben. Wie geht's hier weiter? So. So. Ah, da ist er noch. Hängst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Oh Gott, steh mir wein. Puh, das war knapp. Oh, 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 oh. So. Haben wir wieder geklappelt. Wir müssen ihn finden. Natürlich, wir müssen ihn finden. Das wäre für euch gut. Da vorne sind auch nochmal zwei. Da ist auch noch einer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Ort. Okay. Die hören mich also hier. Da ist also der nächste. Ich riskier's jetzt einfach. Ah, shit, ihr Lieben. Das sind ja eigentlich nicht so viele. Sondern es sind ja eigentlich recht wenige. Werde gesagt, das ist doch nicht so viele sind. Ich, ne? Ja. Ne, das ist alles, was ich mir geschrieben habe. Zwei sind schon am Leben. Von den Nasen. Und den alle noch. Den hole ich mir. So. Ja, das war jetzt natürlich nicht so klug, aber gut. Ich sag dir mal, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Wes, musst du einiges einstecken. Hol deinen Werkzeugkasten und gib dein Bestes. Ja. Äh. Wieso kann ich das jetzt nicht aussehen? Sieh dir mal besser an, solange wir Zeit haben. Gute Arbeit. Sieh dich vor. Darum kümmern wir uns. So. Ich kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber wir gehen nicht zu weit nach vorne. Nein, nein. Also, abmarsch. Stimmt oder was? Ich glaub nicht. Da kommen sie. Ich hoffe, sie entdecken uns nicht. Was ist für den? Was ist für den? Fein! Erlaubt! Schon wieder. Ich weiß nicht. Du bist nicht. Wir brauchen, wenn er dir stirbt. Einfach, glaube ich, die F�alition zip. Wir brauchen, wenn er dir stirbt. Wir brauchen, wenn er dir stirbt. Mehr Truppen sind unterwegs. Geh auf! So, jetzt sind wir aus der Wallen hier. Ui, das war aber schnackgegeben. Warte, bleib mal stehen hier. Das war ja eben Herrschaft, so ist die Frage, wie kann man denn nachladen? Die Brücke hier, dann dürft ihr es nicht gewaltt. Mit Vieregg oder? Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Leder! Ihre 5 sind in Reichweite! Weg hier! Weg! Der Plan ist nur durch, der Weg! Äh... Der Panzer hat er, er macht es. Weg hier rein! Weg hier raus! Zack. Leider noch kaum Emunitionen lieben. Ich bin leider jetzt hier sehr rustikal einfach durch das Level gekommen, aber was sollst für euch? Warum bleib ich stehen? Soll ich wieder einsteigen? Was guckst du so? Das ist voll gruseliger, guck mich an und ich weiß was? Ich schraube nochmal, er läuft da mit der Panzer alle. Okay, da gehe ich voraus. Ich hoffe, da hat sich jetzt nicht festgebackt oder sowas. Da hast du eine Patrouille? Ach, da ist ein Panzer okay. Sieht auch schon sehr, sehr geil aus grafisch. So, mit hast du uns mal von hinten ans Lager ran. Das Problem ist nur, ich habe ja keine Munition mehr für diese Schalldämpferwaffe. Da ist am Geschütz, den knallen wir gleich mal weg. Niemand bemerkt uns, das ist schon mal sehr, sehr gut. Cool. Hör zu Arschloch, konzentrier dich auf deinen Posten. Panzer Abwehrgranate, die können wir schon gebrauchen. Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann ein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Wo ist denn der Typ? Da vorne ist der, okay. Hey Kamerad, wie geht's? Sieht gut aus. Ich riskier's jetzt mal. Puh, das war knapp. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber, ne? Zu dem anderen da. Zu dem ja. Oh, so war die Pistole. Er kommt. Oh, so war die Pistole. Oh, so war die Pistole. Oh, so war die Pistole. So. Oh ja, da ist noch einer. Keine Ahnung, wie viele das sind. Oh, so war die Pistole. Ich komm mit Scholder mal rein. Hey! Ich hab nicht gedacht, dass ich dich wieder sehe! Wo ist der denn jetzt? Hm. So Was ist das denn hier? Hey danke So theoretisch können wir doch inies einfach ganz kurz Wecknallen oder? Das der uns echt nicht sieht ist ein Rätsel Da ist auch noch einer Da oben ist noch einer Wir können natürlich auch alles hier rum wegballern aber die Frage ist welchen Preis wir das so machen? Der Hauptmann hat auf mich abgesehen! Keine Ahnung was ich getan habe! Was steht hier so? Hier ist auch wieder Bücher gefunden Wenn ich gerade ein bisschen wenig spreche dann tut es mir leid aber ich bin gerade sehr Oh sehr konzentriert Da ist also die Schuchtel Shit der kommt rein Wo ist er denn? Meine Füße sind eiskalt! Dann ist noch einer Scheiße sind nur die Franzosen Shit Jetzt müssen wir uns bereit machen Noch haben sie uns ja nicht wirklich entdeckt ne? Aber die sind ja schon sehr alarmiert Da ist er! Ich bin es spürlich! Ich bin es spürlich! Ich bin es spürlich! Ich bin es spürlich! dick ist er stirbt doch endlich Oh, my. Let's get those. 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 Let's get those.